Hey Leute! Das ist mein Hund Cyber. Der andere bin ich. Cyber ist ein Trickdog. Zusammen besuchen wir die Hundeschule Vogt in Erkrad unter Feldhaus. Da haben wir schon viele lustige Sachen gelernt und ein paar davon möchten wir euch hier gerne zeigen. Ich möchte noch erwähnen, dass ich in der Hundeschule Vogt zufriedener Kunde bin und kein Trainer. Deswegen können mir natürlich auch noch Fehler unterlaufen. Aber die darf man ruhig machen. Cyber. Darauf. Ja. Und darauf. Komm mal her. Hier. Darauf. Ja. Und. Jawohl. Guten Tag. Winke, winke. Geht das? Winke, winke. Ja. Feiner Hund. Feiner Hund. Und. Zack. Platz. Platz. Fein. Und unten bleiben. Und komm. Ja. Durchgerobbt. Und nochmal. Ja. Gut. Und. Hopp. Hopp. Yeey. Und Platz. Und. Ja. Natürlich sollte bei allem, was man macht, der Spaß ganz im Vordergrund stehen. Ansonsten klappt es nämlich nicht und der Frust wird zu groß. Ja. Darauf. Ja. Und. Kuss. 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 Ja. Andere Seite. Kuss. 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 Sag mal Kuss. Yeey. Es ist ziemlich wichtig, dass man den Hund nicht überfordert und nicht so schwierige Aufgaben stellt oder gar gefährliche. Viele Sachen müssen einfach auf dem Boden geübt werden, so wie dieses Rückwärtsgehen, was ich dann hinterher auf den Baumstamm portiert habe. Manchmal holen wir uns auch Hilfe von Fila. Fila ist eine gute Freundin vom Cyber und deswegen geht er mit der Madame auch gerne mal Gassi. Das war es auch schon wieder. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von Cyber und mir sehen wollt, lasst bitte einen Daumen da, klickt den Abonnierbutton und teilt dieses Video. Eure Kommentare sind auch gern gelesen. Ansonsten haltet die Ohren steif. Bis dann. Ciao.